Töte ich da gerade erst mal jemanden mit Voll Iron? Oh mein Gott, spring runter Pauchen, spring runter, ja! Hallo, hallo, wir nehmen mal wieder mit dem Philipp auf, mit dem Frischlodscher, ja mit wem denn sonst? Was? Allein das ist mein Videobeginn. Creeper! 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 Falsches Spiel für einen Creeper, ich zieh die Dinger wohl magisch an. Wie immer mit Philipp, Annihilation jetzt rechts oben mit Minimap, ohne Radar-Entity ist es nämlich erlaubt, habe ich gelesen. Das heißt, man darf eine Minimap benutzen, solange man die Gegner darauf nicht sieht. Mit dabei ist natürlich wieder Frischlodscher, habe ich ja gerade schon ungefähr dreimal gesagt. Und wir spielen wieder Coastal, ist ungefähr unsere 6731. Runde in den letzten 6 Tagen. In Coastal haben wir in den letzten 6 Tagen aber wenig gespielt. Und jetzt haue ich meinen Lieblingsfreunden hier in Annihilation aufs Maul. Die Leute gehen mir seit einer Woche so dermaßen auf die Füße. Ich drücke jetzt mal net aus. Das sind nämlich solche Epileptiker, nenne ich es mal. Die größten Teile der Meinung sind, dass ich und Philipp immer nur hacken. Wo bist du? Wo bist du? Ich bin gerade bei Rot schon im Tower. Die meinen die ganze Zeit halt hacken und bezichtigen uns nicht nur des Hacks, sondern meinen, die haben aufgenommen, die hatten Admin-Freunde und so und die lassen uns bannen. Aber wir spielen immer noch schon seit über einer Woche, haben die uns auch nicht bannen lassen. Da unten haben wir zum Beispiel schon mal einen von diesen komischen Käuzen gesehen. Hinter dir ist dieser Gronfz. 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 Komm, 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 komm. Ich wollte ihn nur töten. Komm, komm, jetzt hauen wir den mal aufs Maul. Guck mal, da sind sie beide tot. Pass auf. Und gleich heißt es eh wieder. Ihr hackt doch sowas von. Oh, ich bin gleich tot. Lauf weg, Philipp, lauf weg, Philipp. Ja, ich lauf weg. Lauf, Philipp, lauf. Ich guck grad auf die Minimap, weil ich dachte, hm, vielleicht seh ich da ja, wenn ich... Philipp, ist das dein Ernst? Nein, 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 ich werde grad von zwei Leuten ver... Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Äh, äh, was soll mein Ernst sein, was soll mein Ernst sein? Paul. Ich bin leider gestorben. Ich werd von nem Troniccrafter verfolgt. Ja, das ist einer dieser komischen... Warte mal, du hattest die Eisenrüstung, oder? Ja, ich hatte die, warum? Oh. Ich bin gestorben. Ja, ich weiß. Paul, komm, entgegen. Der Typ läuft mir, glaub ich, immer noch hinterher, oder? Ja, läuft er dir. Johnnycrafter hasst dich. Aber Johnnycrafter kriegt jetzt... Hier, komm, komm. Der Typ kriegt jetzt das, was er verdient. Die Gewalteladung. Action, äh. Philipp, der ist hinter dir. Töte ihn. Dreh dich um, der hat noch zwei Herzen oder so. Oh, ich will nicht. Ich hab ihn gekillt. Ich hatte nur noch einen Halbherz und ich konnte nicht raggen. Äh, könnt ihr überhaupt dieses Spiel... Wir töten euch die ganze Zeit. Sag mal, was ist dein Problem? Allein jetzt hab ich sogar auf Aufnahme, wie die uns ständig beleidigen. Jetzt wird's nämlich lustig. Ja, du musst sie aber nicht mehr, ähm, hier, hier so ein bisschen pushen. Also, äh... Ach, wie nur pushen? Die wissen doch gar nicht, mit wem ich hier spiele und wer die überhaupt sind. Okay, dann ist ja gut. Weil ihr nichts anderes könnt. Ey, Gott, dieser Kron... Will der Kronk heißen? Ähm, auch zu denen? Ja, der gehört auch zu denen. So ist das Spiel. Also, man besiegt Leute und man ist schlecht. Äh, nein, man hackt dann natürlich. In unserem Fall, wir hacken natürlich immer. Das sieht man hier gerade sehr gut an unserem Video. Dass wir immer hacken. So, ähm, ja, wir sind ja... Wir werden nicht mal Bieste im PvP, weil wir geil sind. Äh, den Typen mit Eisenrüssi will ich jetzt mal... Komm her, 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 komm her. Das Lustige ist, mein erster Part ist immer noch nicht gerettet. Wir rapen den gerade richtig. Komm, komm, komm. Oh, ich hab die Sachen, ich hab die Sachen jedenfalls. Hoffe ich, dass ich die Sachen habe. Ja, dann weg. Und ich verpiss mich gerade. Ja, ich komm wieder zurück. Ich hab so'n... Es macht immer wieder Spaß, den Chat zu lesen. In der Tat, Team Leon, da geb ich dir 100.000 mal recht. Finde ich auch, äh... Weil, wenn man so gut ist, dass andere Leute einen als Hacker identifizieren... Dann heißt es schon, dass man richtig Pro ist. Oder dass die einfach richtig schlechte Verlierer sind. Oh, guck mal, die sind immer so mad. Ich auch, aber nicht so die Leute, die nichts können. Ähm... Du stirbst immer. Wieso können wir nichts? Äh, das geht jetzt schon mit, äh, den Leuten so seit über einer Woche, dass sie die ganze Zeit... Nein! Nein! Ah! Das geht schon seit einer Woche, so Philipp. Ja, das geht schon länger als, äh, nein. Na, ne Woche ist so noch nichts. Doch, das ist heute schon Dienstag. Das war doch erst... Son... 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 Oh, man. Ich hab die... Wir haben vorhin zu zwei, drei Leute fertig gemacht. Und der erzählt uns gerade, One versus One in Annihilation. Ich muss noch mal unterschreiben, so. Das Lustige ist, jetzt fragen wir nach einem One versus One und ich hab die vorhin zu dritt... Äh, alleine gegen drei hab ich gekämpft. Und du hast gewonnen, ich weiß. Ja. Und einer von denen hatte ne Eisnustung und alle hatten ne Eisenschwert. Ich hatte auch ne Eisnustung, also... So unschuldig war ich da jetzt wohl doch nicht. Ja, aber trotzdem. Welchen denn? Oh, man. Einerseits spielen wir Game Mode 3. Ich dachte, das wäre ein Teamspiel. Da hat er genau recht. Die Leute wollen mich immer zu einem One-O-One in Annihilation hören, oder? Die Leon, das sind alles Flamer. Macht ihr nix draus. Und bei einem One-O-One würde man nicht feststellen, wer besser ist, sondern... Es kommt auf die Klasse an, es kommt auf die Gegend an... Es kommt auf den Moment an. Ja. Wenn du in dem Moment Connection-Probleme hast, bist du am Arsch, egal was du tust. Äh, Paul, kommst du? Ja, ich bin doch da. Guck mal, da unten ist schon wieder... Ist das schon wieder dieser... Ah ne, das ist dieser... Ich schlag gern von hinten. So, tot. Wieso antwortest du nicht, wenn ich dich was frage? Oh, lo, lo. Warum antwortest du nicht? Weil ich meine Zeit sinnvoller nutze, als ihm zu antworten, weil ich gerade mitten in einem LP bin. Und nicht 24 Stunden eines Spielmodus mit Schreiben verbringe. Äh, ich möchte da nicht auf ältere Spiele verweisen mit dir. Äh, was? Ja, das war aber noch die Anfangszeit gegen die, als die einfach nur die ganze Zeit uns als Pisser und so beleidigt haben. Äh, hast du da grad nen Namen gesehen? Ja, hab ich. Da hinten ist einer, da hinten ist einer. Helf mir! Der hat eine volle Eisenrüstung! Philipp, wo bist du? Ich laufe hier doch schon hinterher! Da! Da! Ich komme, ich komme, ich komme! Nein, da hab ich getötet! Nein, da hat mich der Kron getötet! Alter, ich hatte ne volle Eisenrüstung! So ne Scheiße! Wo bist du hin? Ich bin tot! Äh, dieser Kron... Ha! Guck mal! Ich hab den Kron FT-Z getötet, obwohl er ne volle Iron hatte! Und die waren 2 gegen 1! Ja, ich hatte auch einen mit voller Iron getötet! 2 gegen 1 und ich hab trotzdem dich gekillt! Oh man, na, wir sollen nicht hier noch ein System schreiben! Ep ihre... Ey, dépendappelle SSC! Ich bin dumm und dumm und dumm! Ey, der Typ ist unter Wasser. Ich hoffste, der stirbt. Alleine wie das ist ein Krieg so zwischen deren... T,B,C von wegen... Keine Ahnung, was die sind! Und unserem B,B,C! Ja, Blick, Blick, Blahk. Hä? Nein! Bu,B,S, Bu,Di, nein ... Geht er auch nur mit Hacks bei dir?! Ja! Liedst euch das durch, dieser Momo L,P,MinC! Er ist, sorry, dass ich das sage, ein ziemlicher Lappen, weil... Hat Momo das gerade geschrieben? Ja, das hat Momo gerade geschrieben. Momo ist ein Typ mit, sagen wir, 100 Abonnenten. Der Typ hat nichts sinnvolleres zu tun, als alle Leute auf dieser Welt zu beleidigen, die besser sind als er. Ja, das erste Match, wo er uns als Hacker bezeichnet hat. Ja, da hat er uns extremst beleidigt, der hat die ganze Pisser. Ihr könnt nichts, xdddd. Ja, und das Lustige ist halt, dass wir ihn getötet haben. Ja, wir haben ihn jedes Mal getötet, wir haben ihn so weggeraped. Und wenn er uns getötet hat, dann war es, weil er viermal oder fünfmal hintereinander gespawnt ist und uns angeschlagen hat. Und dann meinte er, wir wären Noobs. Also, ich weiß ja auch nicht, wer das Wort Noob definiert, aber hey, ich glaube, das würde ich nicht als Noob definieren. Doch, er ist ein Noob. Na, wir, Noob. Dieser Junge, der beleidigt andere Leute am Lauf. Ey, wir müssen hier wieder durch die Seite, da waren Eisenöfen und so, ich glaube, die sind da immer noch. Ja, ja, schnell rein, lass uns da. Philipp, das. Okay, Philipp, sneaken, 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 sneaken. Pass auf. Und rein. Hey, ich wurde schon wieder von diesem Army Man gekillt, aber nicht von diesem komischen Diepen. Der kriegt nicht einen Kill an uns. Ich bin gerade automatisch gelaufen. Was? Ich stand an der Stelle und dann bin ich auf einmal losgelaufen. Obwohl, das habe ich manchmal als Bug bei Minecraft, dass ich einfach laufe, ohne was zu drücken oder springen, kennst du das nicht? Dass wenn du irgendwie raus tappst und dann wieder rein tappst. Nein. Ihr habt keine Chance. Es ist so traurig mit ihm. Er hat halb voll Iron. Wir haben Leder. Zwei Leute mit Eisenrüstung gegen zwei gegen Leder. Wer wird im Falle eines Falles also gewinnen? Ich habe ihn gerade eben mit voll Iron gekillt. Und ich habe den anderen mit voll Iron gekillt. Also, ja. Es ist halt so, dass sie sich eingebaut haben. Naja, ich sage dazu nur, willkommen in meinem Let's Play Groen FTZ. Du hast ja gesagt, du schaust meine Videos. Willkommen. Wer war der andere, der noch deine Videos geschaut hat? Noch so ein Spasti. Hast du eine Schere oder so? Weil die haben ihre scheiß Goldmine dazu gebaut. Der Typ baut sich immer wieder ein mit seinen scheiß Freunden. Die sind hier zu dritt drin. Die sind hier zu dritt. Oh, zu viert sind sie hier sogar. Oh mein Gott. Inzest halt. Töte ich da gerade erstmal jemanden mit voll Iron? Oh mein Gott. Hi. Spring runter, Paulchen. Spring runter. Ja. Ich habe mir die Sachen von dem Eisbocken gesnackt und bin aus der Map gestrungen. Oh Gott. 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 Alter, hat er mir Angst gemacht, der Typ. Das baut jetzt bestimmt wieder zu, oder? Alleine, dass ich eigentlich die ganze Zeit links drücke. Äh, drücke ich eigentlich die ganze Zeit links klick? Mir fällt das gar nicht mehr auf, dass ich immer sprinte und links klick drücke wie ein Bekloppter. Alter, ich habe auch voll die Likes. Das hört mich an die Aussage vom letzten Match. Man springt hier auf jeden Fall nicht in den Void. Doch, wenn man Iron von anderen klaut und die dann zu dritt auf einen gehen. Ey, wollen wir, ich gehe gerade in die Mitte von den Ruhren, um mal ein bisschen Spannung reinzubringen. Nicht immer nur in die Base laufen. Ja, frei laufen in die Mitte, weil jetzt, was soll man in der Mitte? Da ist doch eh noch keiner. Aber so gut, Alter, ich snack mir die Eisensachen und springe aus der Welt. So macht man das halt auch richtig. Mit einem halben Herz springe ich lieber in den Void, damit niemand den Kill an mir bekommt, als dass ich von irgendwen gekillt werde. Ja, ja schon klar. Was zur Hölle? Wieso zur Hölle wagt der Typ so dermaßen rum? Boah, fickt euch doch alle. Fickt euch doch alle. Alter, 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 alter. Ich bin gerade in der Mitte. Hallo Klimamann 2010. Wie fühlt es sich an, tot zu sein? Sehr gut, finde ich super. Hallo Unerbgedöns. Ach, komm mir jetzt her. Wo zum Fick bist du denn gerade? Ich bin bei Rot, ich töte wieder Rot. Okay, ich bin halt Rot Mitte, dass ich die da, keine Ahnung, süß, süß, süß. Oh nein, oh mein Gott, der Typ hat ja volle Iron in die Hacke. Ja, ich glaube, du bist mal wieder ein bisschen zu Hacke, Paule. Eigentlich habe ich vorher die ganzen Sachen, die ich gerade in meinem Inventar habe. Der dumme Scorpio kotzt mich doch an. Ich bin auch ein dummer Scorpio, ey. Ja, nein, nein, der dumme Scorpio. Dich liebe ich doch, mein Schatzi. Oh ja. Ach, war doch klar. Auf jeden Fall erst mal das Iron hier vernichtet. Und wenn sie sie rauswerfen, damit es niemand bekommt, wenn er mich tötet. Bist du mir erinnert? Äh, wieso? Ja, natürlich, dass ich es nicht bekomme, aber warum gehst du nicht zurück und verwendest das Iron? Weil ich töten will. Du möchtest morden. Holy shit! Was war das denn? Ja? Mich hat gerade einfach so, ich stehe hier irgendwo und mich trifft einfach von irgendwo ein Pfeil. Irgendwo kommt ein Pfeil her und der trifft mich. Einfach so aus dem Nichts. Der war bestimmt schon ein bisschen weiter weg und hat dich davor noch gesehen oder so. Also ich habe den nicht gesehen. Alter, wie... Heil... Nur weil du eine Person nicht siehst, heißt es nicht, dass die eine Person nicht siehst. Alter, was soll denn das? Ich komme hier nicht mal weg. Äh, rechts liegt... Äh, hi. Ja, ich konnte die ganze Zeit nochmal gehen und wurde immer zurückgesetzt, egal was ich gedrückt habe. Auch rechts klickt. Ja, dann nicht mehr. Lag hier noch zwei. Oh, da ist einer, da ist einer. Das ist der Typ mit dem Bogen, der dir auf den Zack ging. Ja, egal, komm. Ich baue mir gerade die ganzen Öfen ab. Nee, nee, keiner fickt hier mit Philipp. Du fickt nicht mit Philipp. Wer hat das geschrieben? Nee, das habe ich geschrieben. Er hat gesagt. Das hat niemand geschrieben. Oh, da ist einer mit Full Iron. Wollen wir uns den snacken? Ja, warte. Ich baue gerade erst mal die ganzen Öfen hier ab. Wo ist er denn? Wo ist der Hasi denn? Da vorne. Äh, da Richtung... Du solltest ihn sehen. Da. Bei mir steckt er im Boden. Ich hasse diese Boden-Bagger. Im Boden stecken geht ja noch, aber wenn die ein bisschen zu weit oder zu rechts von ihrem Platz sind... Im Boden, aber er steckt drei Blöcke im Boden oder so. Ich sehe ihn überhaupt nicht. Ich kann sie gar nicht sehen. Ey, wo weißt du denn, dass er da war? Ja, weil ich seinen Namen unter der Erde gesehen habe. Okay, das ist gay. Oh nein, der hat einen Bogen. Oh nein, bitte nicht. Geht es nicht, wenn man irgendwie F3 und B drückt und dann sieht man, ähm... Äh, dann wird die Map neu geladen und die Person... Das F3 und B hab ich dir erklärt, das war das mit diesen Charakterboxen um die Leute herum. Das war F3 und F oder so. Es gibt auf jeden Fall noch was, dass die Map neu geladen wird. Ich weiß nicht mehr. Ja, genau, ich weiß. Ich weiß. F3 und irgendeine andere... Also wir können die Leute ja mal in die Kommentare schreiben. Ja, das wäre toll. Ich warte immer darauf, dass hier irgendwer von den anderen Leuten wieder im Chat so ausrattet und uns beleidigen muss. Ja, jetzt bei der Aufnahme hassen wir uns gar nicht mehr so. Das finde ich scheiße. Bisschen beleidigt ihr uns nicht. Tot. Oh, geil, ich hab ein Eisenschwert. Ich mach ihm einiges mehr Schaden jetzt. Zieh ihn ran. Ja, der schwimmt hin und her. Solange der hin und her schwimmt. Boah, Alter. Und ich hab Sorge, dass ich von einem scheiß Bogen gekillt werde. Ach, fuck, ich hab den nicht mehr erwischt. Der Typ hat da wieder seine... Willst du nicht den Typ oben drüber anziehen, geht das? Ja, dann müssen wir einfach erstmal ein bisschen näher dran. Ich muss so nah ran, dass ich die halt noch treffen kann. Ja, okay. Dann machen wir das. Au, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Nein, geh weg, Paul. Ich beschütze dich. Ich hab drei Herzen. For the sake of Satan. Komm mit. Wo bist du? Ich hab mich gerade gesneakt und versteckt.